Die Stimmung an den Märkten ist gut. Auf Geld gibt es wieder Zinsen und auch die Inflation geht deutlich zurück. Trotzdem ist der Goldpreis immer noch in der Nähe von seinem Rekordhoch. Müsste Gold jetzt nicht zwangsläufig fallen oder übersehen wir da gerade was? Bis gleich! Warum fällt Gold nicht? Herr Heinrich, sehen Sie denn nicht was Loses auf der Welt? Sehen Sie nicht, wie die Schulden durch die Decke gehen? Sehen Sie nicht, wie die Notenbanken ohne Ende Geld rausgehauen haben und wie dadurch dann ja auch die Inflation hochgeschossen ist und und und. Das sieht doch alles ein Blinder. Und okay, es stimmt ja auch alles und darum ist Gold ja auch gestiegen. Aber jetzt sind wir doch eigentlich an einem Punkt, wo die Notenbanken ja mal aufgewacht sind, wo sie erstmals seit vielen, vielen Jahren die Zinsen auch wieder stark angehoben haben. Sodass inzwischen ja auch sogar viele sagen, das ist ja schon lang übertrieben und gefährlich und wirkt jetzt die Wirtschaft auch ab. Und inflationsseitig ist das Ganze aber ein Erfolg. Die Inflation geht signifikant zurück. Hier in den USA, die Grafik ist von Trading Economics. Letztes Jahr im Juni, da waren wir in der Spitze noch bei 9,1%. Diesen Juni waren es nur noch 3%. Und in der Eurozone ist zwar nicht ganz so gut, aber auch da geht die Inflation ja inzwischen zurück. Soll heißen, Inflation fällt, Zinsen sind hoch und die Notenbanken verteidigen plötzlich ernsthaft auch die Geldwertstabilität. Ist das die Zeit, wo man davon ausgehen sollte, dass der Goldpreis jetzt weiter steigt? Und warum überhaupt Gold gekauft wird, das ist ja sowieso auch nicht so ganz klar. Vielleicht haben sie ja zum Beispiel einfach nur Gold gekauft, weil sie Vermögen verbergen wollen. Vor dem Staat oder vor ihrer Ex-Frau, die beiden großen Wohlstandskiller. Oder sie haben Gold gekauft als Krisenschutz. Putin, Habeck, Klaus Schwab, Bill Gates, Klimaschützer, Klimaleugner. Gefahren lauern überall und nur Gold bietet Schutz. Oder sie sind vielleicht auch einfach nur in so einer Art Lebenskrise. Sie sagen, die Welt geht sowieso den Bach runter, alles ist scheiße. Und auch dagegen hilft eben nur Gold oder noch ein Bier. Gold hängt von vielen Dingen ab im Prinzip, aber es gibt eine Sache, wo man sagen kann, da gibt es einen klaren Zusammenhang, nämlich die Realzinsen. Also Zinsen abzüglich Inflation. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Ich will mich mit Gold schützen vor Inflation. Und wenn ich hohe Realzinsen habe, wenn der Zins also deutlich über der Inflation liegt, dann werde ich für die Geldentwertung ja entschädigt durch hohe Zinsen. Dann ist Gold vielleicht nicht so attraktiv. Aber wenn die Zinsen vielleicht sogar unter der Inflation liegen, dann natürlich nichts wie rein in Gold. Und hier haben wir den Zusammenhang. Grün der Realzins auf 10-jährige US-Staatsanleihen und Orange der Goldpreis. Das war eben fast immer gegenläufig. Wenn sich abgezeichnet hat, dass der Realzins fällt, dann ist Gold meistens gestiegen und umgekehrt. Die Grafik hier ist von der Fed St. Louis für 2010 bis 2021. Und das hier ist von Bloomberg, knapp eine Woche alt. Das ist ein Artikel aus einem Artikel, in dem es darum geht, dass JP Morgan für Gold bis Ende 2024 einen neuen Rekordkurs sieht von 2.175 Dollar. Wäre jetzt aber auch nur noch ein Anstieg um 12%. Und von JP Morgan sind übrigens auch ein paar Goldhändler verknackt worden neulich. Und vielleicht denken die sich ja jetzt, ja gut, jetzt wo wir es nicht mehr manipulieren können, da muss es ja steigen. Aber wie auch immer, das Interessante ist, auch hier gibt es seit 2020 wieder diesen engen Zusammenhang zwischen Goldpreis in Blau und US-Realzins in Weiß. Der Realzins war jahrelang tief im negativen Bereich. 2022 ist er dann endlich gestiegen und Gold ist gefallen. Nur, seit ungefähr einem Jahr ist der Realzins oben und Gold ist dann aber auch gestiegen. Es hat sich von dieser Sache also abgekoppelt und ist dann auch oben geblieben. Und bei JP Morgan sagt man jetzt ja, wenn die Fed dann irgendwann mal im zweiten Quartal 2024 die Zinsen dann mal wieder senkt, dann wird das den Goldpreis weiter hoch treiben. Aber fallende Zinsen heißt ja noch lang nicht, dass auch die Realzinsen fallen. Und darum taugt die Grafik hier als Begründung für den Goldpreisanstieg meiner Meinung nach überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Wenn Gold sich auf dem jetzigen Niveau auch nur halten soll, dann muss theoretisch der Realzins jetzt ganz schnell fallen. Es sei denn, es gibt was anderes, das den Goldpreis hochhält. Was könnte das sein? Sind es vielleicht kommende Krisen? Dass zum Beispiel nochmal eine Bankenkrise kommt oder sowas. Oder geopolitische Krisen. Es ist ja nicht so, dass wir keine hätten. Allen voran der Ukraine-Krieg nach wie vor. Die Aktienmärkte, die haben den natürlich schon lang abgehakt. Die bringen sich da alle immer noch gegenseitig um. Aber wen juckt's? Nur, es ist natürlich Schande Sache, die jederzeit auch nochmal eskalieren kann oder sich sonst wie ungut entwickeln kann. Und dann fallen einem natürlich sofort auch die großen Goldkäufe der Notenbanken ein. Hier haben wir die auch nochmal, die Netto-Goldkäufe der Zentralbanken seit den 50er Jahren. Die Grafik ist von der Financial Times. Die Notenbanken haben jahrzehntelang eigentlich eher Gold verkauft, als dass sie welches gekauft haben. Aber ungefähr seit der Finanzkrise, da hat sich das stark umgekehrt plötzlich. Und speziell letztes Jahr, da waren die Notenbanken dann total im Kaufrausch mit über 1000 Tonnen netto. Und dann auch jetzt im ersten Quartal dann nochmal 228 Tonnen. Es ist jetzt nicht so, dass dadurch Gold sich wahnsinnig verknappt hätte. Es kommt ja auch immer wieder neues Gold nach. Aber es war natürlich schon zusätzliche Nachfrage, die man sonst so nicht gehabt hätte. Und damit verbunden haben wir eben auch eine sichtbare Abkehr vom US-Dollar als Reservewährung in vielen Ländern. Was stark beschleunigt worden ist, auch wieder durch den Ukraine-Krieg. Dadurch, dass russische Währungsreserven ja eingefroren worden sind von Westen, das hat dann auch andere Länder vorsichtig gemacht. Und das Ganze ja jetzt möglicherweise auch gipfelnd in dieser neuen, sagenumwobenen Währung der BRICS-Länder, die am 22. August vorgestellt werden soll. Alles Themen, die ich hier auf meinem Kanal ja auch ausführlich behandelt habe. Darum denken Sie drüber nach, ob ein Kanal-Abo für Sie vielleicht auch interessant wäre. Zum Abo geht es hier, dann noch die Glocke drücken, dann kriegen Sie die neuen Videos von mir auch angezeigt. Und für mich wäre das natürlich auch eine ungemeine Unterstützung. Was jetzt diese neue BRICS-Währung betrifft, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt aus dem Stand so eine Art neue, goldgedeckte, große Währung entsteht. So wie das im Moment viele glauben. Das ist weder machbar, noch ist es für diese Länder auch wünschenswert. Ich bin darauf ja auch ausführlich drauf eingegangen. Aber lassen wir uns überraschen, es ist ja da vieles noch offen und ich behalte es natürlich hier auch im Auge. Und so oder so, wenn diese neue Währung auch nur irgendeinen Bezug hat zu Gold, dann ist es natürlich schon eine Aufwertung von Gold, das dadurch ja auch wieder ins Geldsystem zurückkehren würde, wie auch immer dann das aussieht. Und damit hätten wir jetzt schon ein paar gute Argumente auch für Gold. Also drohende Krisen, Notenbankenkäufe, ein Trend zur Dedollarisierung in manchen Ländern, verbunden eben mit einer Rückbesinnung auf Gold und diese neue BRICS-Währung und so weiter. Das ist schon was. Aber lassen Sie mich trotzdem nochmal auf die Geldpolitik zurückkommen, weil das ist für mich jetzt erstmal das Entscheidende. Man kann das ja alles ganz unterschiedlich sehen. Die Pessimisten, die haben immer gesagt, die Notenbanken sind jetzt in einer verdammt üblen Lage. Entweder sie werden jetzt mit der Inflation nicht fertig, sie bekämpfen die nicht wirklich, oder sie stürzen die Wirtschaft in eine schwere Krise. Da kommen sie auf gar keinen Fall ungeschoren raus. Die Optimisten, die sagen aber, wieso? Die Inflation, die geht doch überall zurück. Und gleichzeitig, zumindest in den USA, da haben wir ja auch immer noch ein ordentliches Wachstum. Das heißt, es läuft alles wunderbar auf eine sanfte Landung heraus. Die kriegen das alles gerade ganz wunderbar hin. Und das ist die Meinung, die zur Zeit auch am Aktienmarkt dominiert. Alles ist bestens und das ist ja durch diese letzten BIP-Daten aus den USA ein annualisiertes Wachstum von 2,4%. Dadurch ist das auch nochmal bestätigt worden. Mission accomplished, sagt die Bank of America. Mission erfüllt. Die Inflation ist besiegt. Also nichts wie rein in Aktien und Anleihen. Es erinnert natürlich alles ein bisschen an George W. Bush, der das gleiche mal auf einem Flugzeugträger gesagt hat im Mai 2003. Und acht Jahre später waren die US-Truppen aber immer noch im Irak. Aber wie auch immer, diese optimistische Sichtweise, das ist jetzt ganz klar der Konsens. Und die Marktteilnehmer sind ja vielleicht auch gar nicht so blöd, wie man manchmal denkt. Und wenn das aber wirklich so kommt, dann muss ich sagen, dann sehe ich für Gold schwarz die nächsten Monate. Anders als viele andere hier. Aber ich muss einfach sagen, dieses optimistische Szenario, das ist das, was am Markt gerade präsent ist. Und ich weiß nicht, wie in so einem Szenario Gold jetzt noch großartig steigen soll. Ich bin da also eher skeptisch erstmal und ich wäre gerade auch bei Gold-Aktien, die ja stark vom Goldpreis auch abhängen, da jetzt auch erstmal zurückhaltend. Die große Frage ist aber natürlich, trifft dieses optimistische Szenario dann am Ende auch ein? Und zwar so derart perfekt, wie man sich das auch gerade vorstellt. Das hier habe ich schon mal gezeigt, die Erwartungen am Markt, wie sich die Leitzinsen entwickeln werden. Und zwar vom Oktober und vom Februar. Oben für die USA, unten für die Eurozone. Im Oktober hat man sich gedacht, der US-Leitzins steigt maximal auf 4,5% und geht dann ab Frühjahr schon wieder runter. Und im Februar hat man sich dann gedacht, naja, okay, maximal 5% und ab Frühsommer geht es aber wieder runter. Und jetzt haben wir aber August und vor einer Woche war in USA nochmal eine Leitzinserhöhung auf 5,25 bis 5,5%. Und für die Eurozone, da waren die Schätzungen noch mehr daneben, da sind wir jetzt sogar ja bei 4,5%. Hätten die Marktteilnehmer damals gewusst, wo wir heute immer noch sind bei den Zinsen, wir hätten diese Aktienmarkt-Rallye so garantiert nicht gehabt. Aber wie schon mal gesagt hier, die Marktteilnehmer sind von Jerome Powell ständig abgewatscht worden. Er hat ihn ständig eingeprügelt. Es ist noch nicht vorbei, aber die haben sich nur kurz geschüttelt und haben dann gleich wieder gesagt, ah ja, aber wahrscheinlich ist trotzdem bald vorbei. Weil sie das natürlich auch glauben wollten. Und jetzt haben sie eben ein Szenario eingepreist, in dem eigentlich auch nichts mehr verrutschen darf. Und ich gehöre aber auch zu denjenigen, die glauben, irgendwas wird da noch verrutschen. Es muss ja jetzt nicht katastrophal gleich sein. Aber ich sehe die Bond-Märkte zum Beispiel, die immer noch eine Rezession anzeigen. Ich sehe den ISM Manufacturing Index, der seit neun Monaten eine Schrumpfung anzeigt. Ich sehe die Krise bei den amerikanischen Gewerbeimmobilien und, und, und. Aber vor allem, es war bis jetzt einfach eben noch nie so, dass ein Zinsanstieg, der derart scharf war, die Wirtschaft am Ende nicht doch belastet hätte. Und dann merkt man aber auch wieder, auch wenn man jetzt kurzfristig nicht glaubt, dass Gold unbedingt steigt, aber man merkt dann als Langfristanleger, dass man es eben doch wieder braucht. Als Krisenschutz natürlich immer, aber eben auch zur Absicherung dagegen, dass dieses super optimistische Szenario, das wir gerade haben, dass das eben doch nicht so aufgeht. Und wenn es nicht aufgeht, dann kommt es natürlich auch wieder auf die Details an, aber es gibt dann eben wieder eine ganz gute Chance für eine Outperformance von Gold relativ zu Aktien. Gold ist es nämlich egal, ob es der Wirtschaft schlecht geht. Gold geht es nur darum, wird der Stagflationsdruck, den wir haben, wird der jetzt wirklich rausgepresst aus dem System oder war das jetzt alles wieder nur eine Episode und er ist am Ende trotzdem immer noch da. Die Notenbanken haben jetzt erstmal meiner Meinung nach an Glaubwürdigkeit wieder gewonnen, das würde ich so sehen, aber langfristig ist ihre Bilanz eben immer noch nicht besonders gut. Wäre die Politik der Notenbanken immer so gewesen, dass die Leute immer absolutes Vertrauen gehabt hätten in ihre Geldsysteme, dann hätte Gold die letzten 50 Jahre als Geldanlage absolut nichts zu melden gehabt. Aber so war es nicht, sondern es ist in dieser Zeit um 5.500 Prozent gestiegen. Auch das kann man eben nicht ganz ausblenden. Darum, ich bin jetzt erstmal wieder im Lager der Goldbären, da bin ich ja auch in ganz guter Gesellschaft, heißt aber nicht, dass ich jetzt nichts übrig hätte für Gold und ich werde das alles hier natürlich auch genau im Auge behalten. Weiterhin, wenn Sie den Kanal abonnieren und dabei auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie das sowieso auch alles wieder mit. Und zum Schluss hier noch die berühmte Gold- und Wiesenbier-Ratio von der Incrementum AG mit aktuellen Daten. Da sieht man auf der einen Seite, Gold hat über Jahrzehnte hinweg die Kaufkraft erhalten, sogar beim teuren Oktoberfestbier. Aber auf der anderen Seite spricht es eben auch ein bisschen für meine Kurzfristthese, Gold ist im langjährigen Durchschnitt leicht überbewertet, zumindest gegenüber Wiesenbier. Und darum tue ich Ihnen den Link zu meinem Oktoberfest-Special vom letzten Jahr mit den Bieraktien hier jetzt auch nochmal drunter unter das Video. Dann sind Sie erstmal ganz gut versorgt. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.